Herzlich Willkommen zum ersten Video im Jahr 2024 mit passender Winterlandschaft. Unsere Hansa-Jungs, lassen Sie es gut gehen in der Türkei. Sonne, Strand und Meer, Trainingslager, geht heiß zur Sache. Testspiel wurde gestern absolviert, darauf gehen wir gleich noch ein bisschen genauer ein. Mein Fazit und ansonsten Transfergerüchte. Eins ist ganz, ganz interessant, werden wir uns ebenfalls anschauen. Ich hoffe, es geht euch gut, wünsche euch fürs neue Jahr nur das Beste gesundheitlich, erfolgstechnisch. Bei unserem FC Hansa kann es eigentlich auch nur besser werden. Natürlich geht es auch immer schlechter, aber wollen wir mal das Beste hoffen. Und starten wir direkt mit dem ersten Testspiel, was gestern bestritten wurde gegen den BVB 2. Hat unser FC Hansa sich ordentlich präsentiert, 3 zu 1 gewonnen. Kurz gesagt, erste Halbzeit Flop, die zweite Top. Man kann die Spielidee erkennen, die Selim Begovic der Mannschaft mitgeben möchte. Das Kurzpassspiel wird den Jungs beigebracht. Die Ansätze waren vor allem in der zweiten Hälfte gut zu erkennen. In der ersten sah das eigentlich so aus wie unsere letzten Spiele der Hinrunde. Kein Zug zum Tor, keine Kreativität, harmlos. Und man hätte sich nicht beschweren dürfen, wenn wir in Rückstand geraten wären. Neid hat auf der Linie geklärt. Zur Pause wurde eine komplette neue Elf reingeworfen und die haben es schon deutlich besser gemacht. Positive Lichtblicke, unter anderem Sabri Zink. Da versprechen wir uns alle sehr, sehr viel. Diese spielerische Leichtigkeit, der auch gut in die Gegner reingesprungen ist und sich die Welle geholt hat. Semigüler, das hat mir sehr gut gefallen. Dieses Angriffspressing, was gespielt wurde. Die gegnerische Verteidigung früh unter Druck gesetzt. Und so sind dann auch die Tore entstanden. Bin ich mal gespannt drauf, ob Selim Begovic den beiden Jungs ein bisschen mehr Spielzeit gibt dann in der Rückrunde. Und dann kann das was werden. In der Abwehr wünsche ich mir noch ein bisschen mehr Stabilität. Und ansonsten darf man das nicht überbewerten. Dortmund 2, eine sehr, sehr junge Mannschaft, die eher über das Spielerische kommt. Da hat man dann in der 2. Liga doch nochmal andere Kaliber vor sich. Immer mitbedacht, weil man in der 1. Halbzeit eben auch wieder die alten Fehler gesehen hat, die sich da ab und zu in die Mannschaft einschleichen. Generell stand die Abwehrkette in der 2. Halbzeit sehr hoch. Ob man so in der 2. Liga spielen kann, direkt gegen Nürnberg zum Beispiel, ist gewagt. Aber lassen wir uns überraschen. Hoffen wir auf erfolgreichen Ostseefußball. Dann stellt man sich die Frage, werden wir ohne Transfers in die Rückrunde starten? Das Transferfenster ist geöffnet. Besuchkov, Zaza, die Gerüchte, die es mal gegeben hat, sind so ein bisschen verpufft. Meiner Meinung nach wäre das fahrlässig. Letzte Saison haben wir ebenfalls im Winter keine Neuverpflichtungen geholt. Und ihr wisst, wie knapp das wurde. Diese Saison ist nochmal schwieriger. Und da wäre es doch angebracht, nochmal sich auf ein, zwei Positionen wenigstens zu verstärken. Ich weiß, wir haben nicht so das Geld wie andere Vereine. Aber da gibt es andere Mittel und Wege, wie zum Beispiel Laien, wo man das Risiko minimieren kann. Am besten wäre es, wenn man sich in den oberen Ligen noch einmal umschaut. Und Spieler anfragt, die bei ihrem aktuellen Verein nicht so zum Zug kommen, sich Spielpraxis wünschen, wie damals ein Rick van Drongelen. Es gibt positive Beispiele, negative Beispiele. Mit van Drongelen, der hat uns wirklich so viel gegeben in der Verteidigung, so viel Sicherheit. Auch gut, auf der Innenverteidigerposition würde ich jetzt nicht nachlegen. Eventuell auf den Außenverteidigerpositionen oder im Mittelfeld noch einen Stabilisator. Also da gibt es viele Möglichkeiten und ich bin mir ziemlich sicher, dass der ein oder andere Spieler mit Potenzial noch einen Verein sucht, wo er sich wieder zeigen kann. Bei van Drongelen hat das gut funktioniert. Dann wiederum ein Lukoki, der von Mainz gekommen ist, eher weniger. Aber du hast halt nicht so viel Risiko, wenn du eben den Spieler ausleihst. Eine Laie deutlich kostengünstiger wäre und wir brauchen Spieler, die uns sofort helfen können. Konkurrenz belebt das Geschäft. Wenn die Jungs jetzt, sag ich mal, noch ein, zwei Leute vor sich bekommen, dass, ja, nochmal das Nötige etwas rausgekitzelt wird, sie sich den Arsch aufreißen. Das wäre mein persönlicher Wunsch, was ich in der Hinrunde gesehen habe. Wenn die so weitermachen, Qualität hin oder her, vielleicht braucht man nochmal einen Arschtritt und ein, zwei Spieler, die einfach, ja, nochmal ein bisschen Druck machen. Das ist eine Einstellungssache. So sehe ich das. Vielleicht kriegt man noch ein paar Spieler verkauft. Man möchte ja eher den Kader verkleinern. Lieber ein, zwei, drei Spieler mehr verpflichten, wo man mehr Geld bezahlen muss, aber dann eben in der zweiten Liga bleibt. Denn ein Abstieg wäre der Super-GAU für alle im Verein. Und da muss man dann deutliche Abstriche machen. Der Transfermarkt ist ja noch ein bisschen offen. Seht ihr das genauso oder bin ich der Einzige? Ich weiß nicht, das ist ein Spiel mit dem Feuer, ohne Neuverpflichtung in die Rückrunde zu gehen. Schwierig. Wenn wir schon von Neuverpflichtung-Gerüchten sprechen, ist ein Thema ganz heiß. Ein interessanter Spieler aus der österreichischen Bundesliga steht im Fokus bei unserem FC Hansa. Sinan Karweiner, 24 Jahre jung, spielt aktuell bei Klagenfurt, als hätte das Schicksal es gewollt. Im Sommer habe ich dort Urlaub gemacht, schon ein bisschen gescoutet und da ist er mir direkt ins Auge gestochen. Nein, Spaß beiseite. Auf jeden Fall hat er in der aktuellen Saison einen richtigen Lauf. Ich muss einmal hier auf die Statistik gucken. 19 Einsätze, 11 Tore, 7 Torvorlagen führt die Torjägerliste in der 1. österreichischen Bundesliga an. Und dass das keine Fallobstliga ist, das wissen wir. Tabarkovic, der kam aus Wien zu Hertha. Und wie der eingeschlagen ist, seht ihr. Gut, das ist ein ganz anderer Stürmertyp, denn Sinan Karweiner ist eher der kleinere, flinkere Spieler, technisch versierte. Mit 1,73 würde ich ihn eher in der Doppelspitze sehen, ist nicht so die Anspielstation. Aber mit einem Brumado zusammen könnte das richtig gut hinhauen. Das ist alles Wunschdenken, denn er hat einen Marktwert von 1,5 Millionen. Konnte sich in dieser Saison enorm steigern. Davor blieb er eher unter dem Radar. Kennt man auch noch aus Drittliga-Zeiten. Beim MSV Duisburg, Tyküschü, München und bei Sportfreunde Lotte hat er gezockt. Gegen uns sogar schon ein Tor erzielt. Damals in der 3. Liga nicht so im Fokus gewesen, aber eine Entwicklung genommen bei Klagenfurt, die sich schon wirklich sehen lassen kann. Er erinnert mich ein bisschen vom Profil her wie Pröger. Klein, flink, kann ebenfalls über die Außen spielen. Und warum nicht einfach mal Geld in die Hand nehmen? Sagt sich so einfach, der wird doch auch im Fokus von anderen Vereinen sein. Da stelle ich mir so die Frage und kann mir das Ganze nicht vorstellen, dass so ein Spieler zu unserem FC Hansa kommt. Wenn ich ehrlich bin, glaube ich, dass das eher unrealistisch scheint. Aber wer weiß. Wäre ein absoluter Megatransfer. Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Dementsprechend müsste man auch nicht die 1,5 Millionen Euro zahlen. Ich denke, da spricht man von 500.000 Euro bis 700.000 Euro. Oder Klagenfurt gibt sich mit 300.000 Euro zufrieden. Was weiß ich. Wäre mal so eine Ansage an die Konkurrenz, wenn man einen Spieler von diesem Kaliber an die Ostsee holen kann. Ich wäre direkt dafür, aber es muss auch eben passen. Und das zurzeit sehe ich nicht, dass wir da finanziell so mitspielen. Und vor allem, wenn er gerade die Torjägerliste anführt, dann wird da der ein oder andere Verein wahrscheinlich noch das Interesse zeigen, die da ein bisschen mehr zu sagen haben. Muss man mal abwarten, was in den nächsten Tagen passiert. Das Gerücht ist, mit Vorsicht zu betrachten. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir so einen Spieler bekommen sollten, dass der uns direkt weiterhelfen könnte. Und ja, werden wir sehen, was dann so passiert. Eure Meinung gerne in die Kommentare. Der absolute Topscorer in dieser Saison. Man redet ja auch immer so gerne von einem One-Season-Wonder. Kann er das dann auf längere Zeit diese Klasse zeigen? Ja, kein Plan. Dadurch, dass eben Güler jetzt aufblüht, Perea bei uns noch vorne drin spielt, Brumado, der sich in letzter Zeit auch gemacht hat, haben wir eigentlich die Spieler, die es zeigen können. Denn Güler würde ich das Vertrauen schenken, mal ein bisschen öfters reinzuwerfen, genauso wie Sabri Zink. Der Selimbegovic macht einen guten Eindruck. Am Anfang haben wir gemeckert. Ich denke, dass er das Ruder rumreißen kann. Und ja, alles gerne in die Kommentare. Bedanke mich fürs Zuschauen im Kalten. Arschkalt und die Jungs dürfen im Trainingslager in der Sonne. Ja, schön schwitzen. Hoffentlich bringt das was. Ich habe schon Bock auf die Rückrunde. Aber da muss die Mannschaft uns auch viel zurückgeben. Ja, jetzt reicht es auch mal. Deswegen bleibt stabil. Macht es gut. Wir sehen uns. Danke für euren Support. Jeden Daumen nach oben. Und bis zum nächsten Mal.